Das ist ja so die Idee vom passiven Investieren, dass wir kein Market Timing betreiben, dass wir kein Stock Picking betreiben, dass wir nicht versuchen herauszufinden, wann die beste Lösung ist, ja. Weil Märkte lassen sich einfach nicht antizipieren. Überschluss, ich habe mal eine Frage zum Thema Ruhe bewahren beim Investieren. Hast du Tipps, wie man ruhig bleibt beim Marktumfeld, wie sie es gerade sind? Es ist alles rot und Optimismus fällt schwer. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann es nicht aus Marktperspektive gut nachvollziehen. Also wenn es jetzt nur ein Market Crash wäre, dann würde ich sagen, naja, einfach weitermachen und so. Die Wirtschaft dreht schon wieder. Allerdings ist ja momentan ein bisschen mehr los in der Welt. Wir haben, ich habe mir vor kurzem mal ein Video von Yuval Harari angeguckt, der meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Buchserie geschrieben hat. Der hat mal so ein bisschen statistisch analysiert und festgestellt, dass die Welt sich ja in den letzten Jahrzehnten extrem verbessert hat in allen Statistiken. Also weniger Leute sterben an Hunger, also an Hungersnöten, immer weniger Kriege und so weiter. Und gerade diese Statistik hat sich jetzt in den letzten Jahren umgedreht. Von daher kann ich gut nachvollziehen, wenn da ein bisschen Pessimismus oder wenn Pessimismus hochkommt und man sich denkt, naja gut, gerade geht es ziemlich vielen Leuten ziemlich scheiße und wir gucken, wie unser Portfolio weitergehen soll. Aber ich weiß auch nicht, was ich dir da für andere Tipps geben kann, außer einfach dabei bleiben. Einfach deine Sparpläne weiter durchziehen. Du bist vermutlich noch ziemlich jung und hast noch lange Zeit, bis du an das Geld ran musst. Und Kapitalmärkte sind ultra flexibel und ultra adaptiv. Es gibt viele gute Artikel online, die oder auch wir hatten das, glaube ich mal, in der Statistik oder in der Grafik aufgearbeitet in einem unserer Videos. Markus weiß das ja wahrscheinlich besser, wo wir mal die Entwicklung von einem weltweiten Index, also meinetwegen S&P 500 oder MSCI World gezeigt haben. Und über einen sehr langen Zeitraum, über sehr, sehr, sehr ernsthafte Krisen hinweg, also über den Kalten Krieg hinweg, teilweise sogar noch inklusive dem Zweiten Weltkrieg und alle solche Sachen. Und nichtsdestotrotz ist die Wirtschaft und der Kapitalmarkt danach weitergelaufen. Genau darauf setzt du. Also wenn du langfristig in Aktien investierst, dann hast du einen langfristigen Optimismus und da hilft vielleicht so ein bisschen die Mentalität augen zu und durch. Natürlich nicht mehr als auf die Seite legen und sparen, als du kannst, denn wenn diese Schwankungen, diese Roten, das Rot im Portfolio dich zu stark beunruhigt, dann solltest du weniger in Aktien investieren. Dein Schlaf ist wichtiger, sagen wir es mal so rum. Von daher, ja, weitere aufmunternde Worte diesbezüglich kann ich derzeit nicht finden. Am besten per Sparplan. Sparplan ist immer nützlich. Sparplan ist sowas wie die Miete. Die setzt man einmal auf, den Dauerauftrag, und dann geht es jeden Monat ab und dann kümmert man sich automatisch darum. Würdest du jetzt ETFs nachkaufen, falls möglich? Ja, so eine Frage solltest du immer entkoppeln vom aktuellen Marktgeschehen. Also du solltest dir nicht die Frage stellen, sollte ich in der aktuellen Situation ETFs kaufen, sondern die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie lange ist mein Anlagehorizont? Wie ist meine Risikotragfähigkeit? Also wie viel bin ich bereit, in Aktien zu investieren? Und wenn beides passt, sprich dein Anlagehorizont länger als 15 Jahre ist und du bereit bist, Aktienmarktschwankungen zu tragen, dann solltest du jetzt ETFs nachkaufen. Definitiv. Weil das ist ja so die Idee vom passiven Investieren, dass wir kein Market Timing betreiben, dass wir kein Stock Picking betreiben, dass wir nicht versuchen herauszufinden, wann die beste Lösung ist, ja. Weil Märkte lassen sich einfach nicht antizipieren. Das sieht man jetzt eigentlich ganz gut, was so das Thema Spekulation um Zinsen angeht, ja. Vor ein paar Monaten hat der gesamte Markt, sprich alle Teilnehmer am Markt gedacht, naja, jetzt gibt es nur ein, zwei Zinserhöhungen und danach ist Schluss, dann werden die Zinsen wieder gesenkt. Derzeit realisiert der Markt, sieht nicht so aus, als würden die Zinsen gesenkt werden. Aber was ist, wenn die Zinsen dann morgen doch gesenkt werden? Also solche Dinge lassen sich einfach schwer, beziehungsweise gar nicht antizipieren, ja. Und das gilt für alle Bereiche am Kapitalmarkt, das gilt jetzt nicht nur für die Zinsen. Von daher, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist tricky. Stell dir mal vor, zugegebenermaßen unwahrscheinlich, ja, aber unwahrscheinliche Ereignisse passieren trotzdem ziemlich häufig. Wenn man sich mal aufsummiert, was es alles für Ereignisse gibt, dann gibt es auch immer wieder viele, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind, die dann trotzdem passieren. Angenommen der Fall, beide großen Kriegsherde, die wir jetzt gerade so beobachten, also die jetzt bei uns gerade in den Medien ultra präsent sind, würden sich von heute auf morgen in Luft auflösen, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise einig wird. Ja, ich weiß, ich sagte sehr unwahrscheinlich, aber schaut euch mal an, wie sich das auf den Kapitalmarkt auswirken würde und das hätte niemand antizipiert. Und dann würde die Börse sehr wahrscheinlich relativ schnell nach oben schießen und ihr wart nicht mit dabei. Deswegen verzichtet einfach auf den Versuch, Market Timing zu betreiben. Mario schreibt schon, die Kurse fallen, der richtige Einstieg ist jetzt. Genau, kann natürlich auch sein, dass die Kurse weiterfallen, ja, dann wäre der richtige Einstieg rückwirkend betrachtet nicht jetzt gewesen, sondern in ein paar Wochen. Aber solche Dinge lassen sich halt einfach nicht antizipieren, deswegen halt einfach durchziehen. Ich hoffe, dieses kurze Video mit den Fragen aus der Community hat dir gefallen. Wenn auch du deine Fragen das nächste Mal im Livestream stellen möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn wir hier auf Überfluss live sind und dann kannst du deine Frage direkt in den Chat reinposten. Bis zum nächsten Mal.